Shaivasana ist die Bezeichnung für eine Gruppe von Asanas, eben die Asanas, die besonders Shiva-heilig sind. Und dazu gehört natürlich insbesondere Padmasana. Eine weitere Asana, die als Shaivasana bezeichnet wird, ist Paschimottanasana, auch Paschimattanasana, welche Angelina auch gleich vormacht, eben die Vorwärtsbeuge. Shaivasana sind also Stellungen, die dem Shiva besonders heilig sind. Es gibt Vaishnavasanas, die dem Vishnu besonders heilig sind. Und es gibt die Brahmasanas, Asanas, die Brahma besonders heilig sind. Shakthasanas, die der Shakti heilig sind. Und Raudrasanas, die dem Rudra heilig sind. Und unter den Shaivasanas sind eben besonders Vorwärtsbeuge, Paschimattanasana und Padmasana, der Lotussitz, besonders hervorzuheben. Vielen Dank. Vielen Dank.